Gewerch in der Kasse Präsentiert von Waltraud und Mariechen Folge 11 Hello! Malauf und Ahoi und Aha! In Fürth heißt es in den Fürth. Der Fasching ist ausgebrochen und Waltraud und Mariechen sind hier bei Ihnen in der Sparkasse. Was ist denn jetzt bitte in Fürth der Fasching ausgebrochen? Nicht ja innerlich. Die Franken machen das innerlich, den Fasching. Aber du kannst die umschauen. Du wirst in manch einer Filiale von der Sparkasse einen der Mitarbeiter sehen, der maskiert rumläuft. Wer? Wer weiß ich nicht, aber das kann durchaus passieren. Weißt du, das ist ein Filialleiter. Der muss mit gutem Beispiel vorangehen. Genau, da schauen wir den jetzt mal um und schauen, wer da schön verkleidet ist. Aber das muss ja nicht sein. Die meisten verkleiden sich bei der Bank wahrscheinlich als Sparschwein. Kann man da was reinstecken dann? Ja, schauen wir mal. Eine scheine Gelbwurst. Und wenn Sie natürlich wissen wollen, wo was los ist, dann schauen Sie doch einfach auf www.stadt-fürth-land-punkt. Ja, wer ist Stadt-fürth-Land-fürth? Stadt-Land-fürth? Stadt-Land-Fluss. Stadt-Land-fürth. Stadt-Land-fürth. Das ist das neue Portal. Da sind wir alle da. Da schauen Sie mal nach. Stadt-Land-fürth. Stadt-Binde-Strich. Das ist das berühmte Lied, ne? Ja. Land-Binde-Strich-Fürth.de Das ist doch scheißegal, Stadt-Land-fürth. Das gebe ich in Google ein und dann bin ich schon da. Vielleicht haben Sie eine andere Suchmaschine. Ja, doch eine Suchmaschine. Google ist eine Suchmaschine. Suchmaschine? Ja, die sucht, was du suchst. Du bist eine Suchtmaschine, bist du. Ähm, schmarrere, du treibst mich in die Suchten ein. Ich muss ja jetzt frisch einen Konjak saufen. Der hat zu viel beschwippste Krapfen reingefressen beim Alten Club. Also, machen Sie es gut und einschalten bei Stadt-Land-fürth. Ade, bleib schön.